Was ist da? Was ist die? Was ist die? Äh! Eisbund! Äh! Spoiler! Ähm... Steht das hier vielleicht irgendwo? Da! Äh, T... 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 Ach, der ist schlecht gegen... Donner? Okay. Tch! Okay. Tritt sie ist schlecht gegen Donner. Check. Hey, Kollege! Was haben wir denn überhaupt noch offen hier? Okay, wir haben auch hier... noch einen Kulufang... oh oh! Pflanzenfresser, Eier... von Iron... Shamos... Vanona... okay... ... ... ... ... ... Tritzi brauchen wir einfach nur um... ... für... ... das Lager... ... für Legianer dann. Deswegen machen wir jetzt Tritzi... ... ... und deswegen mal was anderes zu tun haben. Das ist nicht immer dasselbe. Nicht immer... ...Krattiaden und... und Co... ... Habe ich denn noch Lehmpilze? Ja, mehr hat genug... ... Okay, es war das Schlafkraut... ... was gefehlt hat, I guess. Ja, es war das Schlafkraut. Okay. Da brauchen wir zweite Antebox unbedingt mal. Belastend. Die Kudo-Fun-Quest brauchen wir nicht machen. Das ist bloß für die... ... das ist für die Kiri... ... Kirin-Quest-Line. Das brauchen wir nicht unbedingt machen. Aber das andere zeilt mir... ... definitiv. Ups. Das andere zeilt mir machen. So, gegessen haben wir, ne? Na dann. Das sah weird aus. Das sah interessant aus. Kamera-zooming. Machen wir mal ein Tritzi platt. Okay. In der einen Stunde, die wir hier schon spielen... ... ist immer nicht vorangekommen. Also story-technisch nicht vorangekommen. Aber es macht nichts. Ist okay. Ist okay. So. Im Prinzip befindet sich hier hinten. Irgendwo. Zumindest dachte ich das. Außer es vielleicht noch hier oben. Ah. Da also. Sag ja. Außer es vielleicht noch hier oben. Mann, jetzt bist du klein. Gott. Mann. 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 Hier kommen wir oder so Wenn ich es mal richtig machen würde Okay, tschüss Tritzi Schau das Monster auf, hier sind wir ja schon dabei, mein Gott ey Schön das es mit dem Spiel sagt so, renne das Monster hinterher No shit Sherlock Hätte mir jetzt nicht gemacht Was machst du? Tritzi? Ist okay mit dir? Aua Und Tim Antwort? Ja Aua Aua Huh! Was? Ob ich das getroffen hatte Bing Bing Da hab ich keine Ohrschlepse drauf hier Ja Oh Tritzi Du kriegst auch´s Maul Oh Tritzi Ah, sein Schildo ist kaputt Dann denke ich mal hier bleiben jetzt Tritzi, komm her Ich bin noch nicht fertig mit dir Bleiben sie stehen Warm Aua 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 Tritzi, bleib stehen Tja, das funktioniert ja leider nicht mehr Meine Katze hat verfehlt Damn Tritzi, bleib stehen Kommen Sie her Jungen Use ein Bull Alter Ey Kann einfach weiter Boah, ich hab grad noch getroffen Wie oft willst du das denn noch probieren? Okay, es tut mir leid, dass ich das kaputt gemacht hab Okay, es tut mir leid, dass ich das kaputt gemacht hab Geht doch Ach Gott ey Ich hab grad verwundert, warum ich da hoch kann Aber gut, wenn der Pukki ist Ich hab grad verwundert, warum ich da hoch kann Aber gut, wenn der Pukki Äh, Polo Pukki sag ich schon Wenn der Polo da hoch fliegt Wo geht's denn hier lang? Kann ich noch schnell was zum abbauen? Nö Ui Schön wie sich meine Katze freut da im Hintergrund Die ist happy Wir haben das eine Lederhaut gekriegt Nice Das heißt, wir brauchen noch Einen Äh Äh Aber jetzt heißt es erstmal wieder Äh Äh Rattian Wuhu Oha Lass mal strecken ey Lass mal strecken ey Ich würde gerne eine Radobahn machen Aber ich hätte gerne schon die Rattian Waffe Oder wir machen fix Radobahn Dass wir so ein bisschen Story immer haben So alle Stunde Story machen Ich werde heute außerdem auch nicht so lange machen Weil ich hab gestern Wir haben gestern ein bisschen übertrieben Weckte können geliefert werden Oh, vielleicht doch nicht Ne, es hat gereicht Wir brauchen das eine Na gut, na dann So, Aqua Beutel wäre noch was Was wir liefern sollten Hm Katze hat nicht zufällig ne Tritzi Waffe, oder? Wie sieht denn eigentlich die weibliche Tritzi Rüstung aus? Denk ich mal die Rüstung uns ansprang kurz Der fuck ist das? Wunderschön Auch wunderschön Das sieht aus ey Das sieht nach einem schlechten Cosplay aus Die Radian Rüstung hat wenigstens was Der Rock ist ein bisschen unbequem wahrscheinlich Aber macht ja nichts Spitterlings Set Das ist Das ist Das ist Das ist die Lura Rüstung Ah ok, gut Ich mag das Pukki Set Das Pukki Set sieht cool aus Von 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 Charakter. So, äh, ich do. Ja, okay. Brauchen wir nichts, unbedingt. Hm. Der Tritzi braucht man jetzt eigentlich nirgendwo. Das wird immer noch der Stachel. Das ist unlucky. Wir haben keine Untersuchung für Rathjan. Das ist noch mehr unlucky. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier nochmal zu machen. Die Optional Quest von ihr. Ja, Spezialerinnen machen wir jetzt nicht unbedingt. Darwiderstand hoch. Why not. Haben wir eigentlich irgendwas benutzt? Nö. Okay. Sie sind gut durchgekommen bei den Tritzi. Oh Gott. Strecken. Yeah. Rathjan, die... Ist das schon das dritte Mal? Ich glaube, das ist heute schon das dritte Mal. Rathjan, die dritte. Wir hätten uns erfangen können. Wir hätten jetzt das Fangzeug machen können, aber, äh, das ist nicht so schlimm. Wenn wir dann die neue Erntebox haben, dann können wir... ...Schlafgrad anbauen. Da können wir ruhig... ...Zeug für Fallen machen oder so. Oh, nicht jetzt. Könnt man eigentlich tatsächlich... ...Schlafzeug an... ...Schlafkraut und so. So. Rennen wir mal zu Rathjan. Bevor wir die Rathjan machen, wir rüsten uns schon mal die Blitzbomben aus hier, damit ich dann nicht... Oh Gott. Oh, weshalb ich nicht da... ...davor stehe und... ...wieder umvorbereitet bin. Legiana wird super... ...super belastend. Na, ich weiß nicht wieso, aber Legiana... ...knatzt mich die ganze Zeit. Ich spüre das Monster auf. Ja, ich will eigentlich die Kerben hier einsammeln. Rathjan? Ja, ja, ignoriere mich. Ist gut. Rathjan entdeckt. Achso. Das ist für ihr Freund, der Rathalos. Hull. Schau mal nicht so rum hier. Huch. Läuft, läuft, läuft gut. Fängt gut an, der Kampf. Danke. Oh, oh mein Gott, der Kiefer hat gerade geknackt. Aua. Ich habe gerade fragen, willst du auch mal irgendwann mal umfallen oder so? Ja, komm, noch mal. Hallo? Der Rathalos hat keine Lust anzugreifen. Verständlich. Ich wollte gerade nochmal Ausstöpsel zaubern. Dankeschön. Ich sehe nichts. Sie ist ziemlich groß, kann das sein? Sie wirkt zumindest größer. Das passiert eigentlich schon wieder hier. Boah, Flügel getroffen, ey. Das kam nicht durch. Really? Jetzt. Jetzt ruhig deine Spielchen machen hier. Ich setze mich mittlerweile auf dir. Auf dich. Auf dir. Ein bisschen Akkupunktur und den Schwanz rein. Hat man nie geschadet. Ich muss jetzt auf dir. Ich bin auf. Ich bin auf. Okay. Wie gesagt, wenn wir der Rathian aufs Maul hauen, dann hauen wir richtig aufs Maul. So schärfer ist es fast. Es sind nicht mal gelb geworden, die Schärfe. Und die hat wieder unten ab. Ach Gott, ey. Ach Mensch, Rathian. Was soll das nur? Ups. Lassen Sie ihn mal kurz da... Ah, Fußspuren. Wo? Da. Lass Sie da mal kurz allein, da kann ich hier die ganzen Spuren von ihr einsacken. Sonst war die Rauchnuss. So, dann gehen wir mal zu ihr. Mein Gott, ey. Was ist denn mit meiner Ausdauer los? Let's go. Ich bin froh, dass es keine Diebes-Katzen mehr gibt, ey. Also Katzen, die einfach das Zeug klauen. Froh, dass sie das entfernt haben. Also einige Monster könnten mir schon leid tun. Der Angriff, der obere Musikangriff ist halt schon Aua. Der ist schon Aua, genau. Der ist schon Aua. Ja, haben wir den Jura entdeckt. Sehe, jetzt gerade zu mir kommt. Den Revierkampf? Gut. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. What the fuck? Weg von der Leiche. Was hat denn die Rattchen gegen die Jura, ey? Können wir einmal gar nicht leiden. What the fuck hat die Rattchen nicht gemacht? What the fuck hat die Rattchen nicht gemacht? Ich stehe da genau mitten im Weg, ne? Mal. Ei. Hui. Ich stehe da. Da bin ich! Volle Kanne reingerollt! Geil! Was passiert hier eigentlich? Es wird nur noch so, dass nur so ein Diablos kommt oder so und dann sind wir hier vollständig. Oh no! Ist das nochmal? Wahrscheinlich, ne? Okay. Was hier alles passiert ist, auf jeden Fall ist irgendwas passiert hier. Das war seltsam. Noch nie sowas seltsames gesehen hier. Warum fliegst du eigentlich die ganze Seite mal? Das ist immer ne gute Idee. Flieg einfach! Hat Jans Motto erwartet, dass niemals den Gegner seinen nächsten Schritt wissen kann. Mit dem du erstmal fliegst. Ja ja, voll. Voll gut. Freil dich aus. Na ja! Das ist das. Das ist das. Das ist das. Da ist doch noch mal. Da ist das. Ja. Ja. Sieht so schön aus, wenn die Runde fallen Nein, bitte, versuch es nicht nochmal, versuch es nicht nochmal, nein, tu es nicht Okay, sie bleibt einfach stehen, okay Das ist vielleicht das Beste, was man Okay, never mind, sie will nicht stehen bleiben Sie gerade loben Ah, jetzt Never mind Okay